Hallo zusammen! Rocket 2019, das große Jackpot-Turnier, ist gestern auf die Zielgerade gegangen. Es wurde der Jackpot von fast 60.000 Euro verteilt, also es war Zahltag. 111 Teilnehmer, 5 Serien, A24 Spiele. Ich war auch qualifiziert, wie ihr ja wisst. Ich habe das ganze Jahr über versucht, euch das Turnier zu zeigen, das Turnier schmackhaft zu machen. Ich denke, ein sehr schönes Angebot und entsprechend mit ein wenig Aufregung ging es dann gestern endlich in diese erste von 5 Serien. Und ja, steigen wir mal direkt ein und schauen, wie das Kartenglück und die Stimmung bei mir sich entwickelt haben. Also ich hatte mir natürlich vorgenommen, 5x24 Spiele, das ist schon etwas längere Distanz. Also es gibt hier auch keine Streichserien logischerweise, alles was du erspielst zählt. Also diszipliniert, konzentriert, fokussiert in dieses Turnier zu gehen. Schließlich ging es um eine ganze Menge und ja, wenn ich hier die Videos mache, gilt es natürlich auch immer einen ordentlichen Skat zu spielen. So, wir haben hier im ersten Spiel ein Herz. Ich habe gleich mal die blanke 10 rausgeschossen. Der erste Stich sah gut aus, im zweiten Stich zeigt sich schon wieder gar nicht so dolle. Der Kreuzkönig dann beim Alleinspieler hoch. So, ich steche. Wo soll ich mit der Trumpflusche hin? Ich ziehe jetzt einmal den Buben, damit ich nicht mehr ans Spiel komme und hier aus dem Hinterhand selber antreten muss. Und dann habe ich hier natürlich mal versucht, ob in Pik vielleicht mein Partner was stechen kann. Pik erst 10 beim Alleinspieler und dann wäre jetzt der nächste Abstich gekommen. Aber die Konstellation lädt natürlich auch dazu ein, dass es eben glücklich für den Alleinspieler läuft. So wie hier, ein 25er Stich geangelt. Gut, die 10 war ohnehin blank. Ich habe jetzt hier das Bild investiert in diesen Stich, aber wo jetzt hier der Rückschub Trumpf von meinem Partner kommt, da ist dann schon zu sehen, hier geht nicht mehr viel, hier ist nichts zu gewinnen. Wir machen nicht mal mehr diesen letzten Kreuzstich. Also, dass der Kreuzass direkt rauf geht, war im Nachgang vielleicht auch nicht die allerbeste Idee, wo er selber nur 3 hat. Zweites Spiel. 3 Asse, ein Buben. Naja, 18 sag ich, aber es war natürlich nur angereizt. Also wenn ich das Spiel für 18 bekomme, klar, dann werde ich das Beste draus machen, aber wenn sich denn hier wie jetzt ein Widerstandsnest auftut, dann bin ich auch mal lieber ganz schnell wieder ruhig. Trumpf rausnehmen, eine Farbe spielen, wo ich gegebenenfalls meinem Partner in Hinterhand was öffne, die Farbe kläre, eine 10 freispiele. Wenn Ass und 10 beim Alleinspieler ist, ist das sowieso nicht zu ändern. Jetzt nehme ich wieder rüber und kläre weiter, alles klar. War aber interessant hier an der Stelle, dass der Alleinspieler, der ja offensichtlich 3 Piken hat, denn ich habe die beiden Luschen und mein Partner Lusche König, dass der hier nicht mit der Dame rauf geht, sondern die 10 nimmt. Also irgendwie hat er das geahnt. Häufig ist es ja so, dass aus dem Drilling geöffnet wird, aus 8, 9 König. Also Pik König hätte auch bei mir sein können. Dann wird ihm jetzt eben die 10 abgestochen und der König macht gegen die Dame noch einen Stich. Also hier hat Spieler 3 schon mal einen guten Riecher bewiesen. Das Ausspiel sah zwar erstmal harmlos aus, war aber in dem Moment durchaus ein wenig vergiftet. So, und jetzt muss ich mich entscheiden. Haben wir hier überhaupt noch irgendeine Chance? Wahrscheinlich nicht. Ich biete das nächste Ass an, habe schon den Aufgabe-Button gedrückt. Das war doch relativ klar jetzt hier mit der Pik Dame und nicht zu erwarten, dass wir noch einen 21er Stich in Herz machen. Selbst der hätte uns übrigens auch nicht gereicht. 84 für den Alleinspieler. So, hier vielleicht mein erster Auftritt, aber es werden 18 gehalten. Ich biete 20 und wo auch die gehalten werden, gehe ich dann raus. Klar, man kann jetzt sagen Karo-Hebereizung, unsportlich oder was auch immer. Aber natürlich muss ich mir alle Optionen offen halten. Also es kann bei mir realistisch auch ein Herzspiel werden. Es kann ein Kreuz, es kann ein Pik sein. Und klar, möchte ich keinen einfachen Karo beobachten. Und jetzt haben wir den Herz, wo ich viel dagegen habe. Erste Entscheidung im ersten Stich, rauf oder nicht. Ich habe keinen Trumpf vollen und natürlich steht häufig auch mal ein blanker Trumpf voller bei meinem Partner. Deswegen bin ich hier rauf gegangen. Es kommt in Windeseile die Trumpf Lusche geflogen. Da weiß ich schon, dass ich das nicht gut angepackt habe. Jetzt habe ich vor allen Dingen natürlich auch das Dilemma, dass ich mich selber entscheiden muss. Wo ich die Trümpfe habe, packe ich jetzt hier mal ein Ass an und es ist gleich die Stechfarbe. So, dann ist jetzt ja fraglich, können wir dann noch was reißen in dem Spiel. Zumindest kriegen wir hier mal Kreuz 10, die ist nicht gedrückt. Damit kommen wir auf 18 Augen. So, Pik will ich natürlich noch nicht anfassen. Vielleicht hat der Alleinspieler die 10 einfach bestellt, zweifach bestellt. Also nochmal klein Kreuz, das Spiel in die Mitte bringen. Abwurf, Pik, Lusche. Vielleicht wäre Pik erst doch besser gewesen. Aber wir stehen jetzt auf 21 und ich mache mich bereit, in Karo zu stechen. Und ich kriege hier den Stich. Aber schaut mal, nur die Lusche. 32, 34. Und natürlich vermute ich, dass jetzt mein Partner noch die beiden Karo-Stiche macht. Deswegen, wie kriege ich ihn wieder ans Spiel mit einem kleinen Pik. Jetzt kommen wir hier auf 37 und ich mache mich bereit, auf die Karo 10 mit Bild zu pfeffern. Und da kriegen wir das Bild nicht. Der Alleinspieler hat Ass, Lusche, Lusche. Und mein Partner hat nach dem Anspiel aus Karo 10, König, Dame, 9, nur die 9 getroffen. Und das, wo ich ihn wirklich klein anspiele, erst in Kreuz, dann in Pik. Also, dass er da auf die Idee nicht gekommen ist, wenigstens aus diesem 4er-Zucht das Bild zu spielen. Das hat mich in dem Moment doch wirklich, ja, schon geärgert. Also, das war ein leicht hingeschenktes Spiel. Das hätte nicht gewonnen werden müssen. Sehr glücklich hier also für Spieler 1. Viertes Spiel. Und da ist mein erster Auftritt, 3 Buben. Findung nicht dolle, also ein bescheidener Herz, der hoffentlich nicht gegen 4 Trumpf läuft, sondern gegen eine Normalverteilung. Das testen wir natürlich von oben. Und jawohl, da kommen die 21 angeflogen. Das sieht ja dann schon mal ganz erfreulich aus. 12, klar, Kreuz Ass kommt hinterher. 23, auch nicht ungewöhnlich. Ein Stich. Und jetzt in Pik. Du kannst die 10 spielen, du kannst die Lusche spielen. Was du auf keinen Fall spielen solltest, ist der König. Denn wenn es dann 3 zu 1 steht, dann gibt es noch zwei fette Stiche mit Wimmelung, falls getaucht wird. So. Also, ich habe hier von unten gespielt. Das war aber egal. Es stand 2 zu 2. Meine erste Hausnummer ist auch geschrieben. Und wieder ein Ansatz für einen einfachen Karo. Aber Spieler 3 hat mehr. Und gerade in dieser Einstiegsphase vom Turnier, man muss erstmal reinkommen. Man muss erstmal sich selbst ein bisschen orientieren. Da muss man nicht gleich solche Spiele auf Krawall reizen. Wie gesagt, ich hatte sowieso vor, es hier ein wenig ruhiger angehen zu lassen. Ein wenig disziplinierter. Und gucken, wohin es mich führt, wenn ich einfach versuche, hier meinen besten Skat zu spielen. Und nicht alles in Risikospiele reinwerfe. Spieler 3 hat hier beim Gragen erstmal verteilte Buben. Jetzt kommt Karo. Mein Partner schnippelt. Der Verdacht liegt nahe, dass der Alleinspieler unter Ass König Luschel spielt. Ich gehe hier also in den Tiefschnitt, damit ich mit der 10 noch gegen den König einen Stich mache. Jetzt aber Überraschung. Der Plan ist sofort gescheitert, denn mein Partner hat Karo Ass und zieht es hinterher. Also sofort durchladen. Entweder der Spieler hat den König noch und ansonsten lege ich ihm hier eine fette Beute hin, die er auch nicht ablehnen kann. Ja, und was ist das? Jetzt Herz da. Wer will er uns auf den Arm nehmen? Buben sind raus. Natürlich hat er die ganzen Herzen. Wen will er denn damit foppen? Also das ist ja wirklich ein bisschen niedlich. Fünf mal Herz, zwei Buben, ein Karo. Also hat er jetzt gleich noch zwei andere. Rest ist jetzt bei mir. Das hätte er ja ein bisschen einfacher haben können. Oder sagen wir mal ein bisschen weniger Link. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Das ist so ein Zeichen. Daran merke ich, es ist kein Topspieler. Ein Topspieler würde in so einer Situation nicht so gefühlt mit Finden von unten spielen, wo sowieso die Karte komplett geklärt ist. Aber gut, jeder spielt nach seiner Fasson. Ich habe es nur gleich mal registriert. Und Spieler 3 ist wieder bei 18 dran und hat den nächsten Kran. 14, 24. Dieser Abwurf sieht ja schon aus, als ob er hier auf Schneider spielt vielleicht. Also lege ich natürlich ein Bild rein, dass wir genau auf 31 kämen. Das lässt der Spieler nicht zu. Also schauen wir mal, ob wir noch was machen. Ach, jetzt geht das wieder los hier. Pik, König, 10, Ass wieder von unten. Wer soll denn da drauf reinfallen? Das geht doch gar nicht. Und jetzt kommt der Moment, da macht mein Partner den Stich und wir kommen raus. Also ein schöner Gang mit rein. Spieler 3 setzt sich hier bei uns am Tisch ein wenig ab. So, und was haben wir da? 5 Trümpfe, 2 Asse in Vorhand. 18 halte ich mal. 20, 2, 3. Aber bei 4 wird es mir dann zu bunt, da wird es mir auch zu gefährlich. Es ist also kein 0, der gereizt wird, sondern ein Farbspiel. Und dann steige ich mal lieber aus. Man kann auch sich mit einem Buben totfinden. Also zu riskant auch die Beikarte. 7, 8, König in Kreuz. So, Herz Hand wird gespielt. Erst den Blenker raus und dann mal gucken, kriege ich vielleicht in Kreuz eine Übergabe zu meinem Partner hin. Nee, aber es scheint in Kreuz was im Stock zu liegen, denn mein Partner geht nicht rauf. Und 7 und 8 fehlten ja noch. Also Kreuz Ass vermute ich im Stock. Abwurf Karolusche. Also der Stich war natürlich jetzt günstig für den Alleinspieler. Aber dass ich jetzt mit nur einem Trumpf hier meine Karofollen anfasse, ist in Unkenntnis der Lage sicher nicht zu empfehlen. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich jetzt noch rüber komme, um in Pik was zu stechen. Aber das ist nicht der Fall. Und dann schaut euch das mal an. Gar keine Trümpfe mehr. Also da müssen ja Buben liegen, bis der Arzt kommt, sage ich mal. Mein Partner hatte auch nur einen Trumpf. Ja, und da sehen wir es, der Alleinspieler, durchaus 3 Fehlkarten dabei. Also 2 Buben waren im Stock und da ist der Herzhand mit 4 Schneider, also das nenne ich mal, passend gefunden. Ich hätte also auch 2 Buben aufgerissen, wäre auch nicht so unglücklich gewesen. Zum Gang hätte ich dann natürlich mich entschieden. Auch natürlich ein guter Gang wäre es gewesen. Aber ich fand eben, bei 24 musste ich rausgehen gegen den 7-Trümpfer-Herzhand. War mir das zu windig. So, da kommt das nächste Spiel ohne Gegenreizung. 15 haben wir schon einen Trumpf gemacht. Da sind aber wieder 3 Buben und da ist wieder eine geschlossene Beikarte mit Seitenassen. Also nichts zu holen. Wahrscheinlich machen wir den Kreuzstich noch. Ja, falls wir ihn nicht machen, habe ich mir das Karoas noch aufbewahrt, damit wir hier auf jeden Fall rauskommen. Jetzt gibt es sowieso nichts mehr, nur noch Trumpf beim Spieler. Also Kategorie nicht ganz so interessant, dieses Spiel. 75 genau in der Mitte im Niemandsland sind wir angekommen. So, und wir gehen ins neunte Spiel. Ich selber habe wieder nichts bekommen. Ein einziges Spiel, schon ein bisschen mau. Die Gegner protzen mit starken Spielen. Einmal hätten wir einen knicken können im dritten oder im zweiten Spiel. Das ist nicht gelungen und ansonsten war hier nur Beton zu beobachten. Also noch bisher keine Chance, irgendwo im Gegenspiel was zu reißen. Diesen Gang habe ich zwar mal 2 Buben dagegen, aber trotzdem ist die Karte natürlich völlig hoffnungslos. Ich muss jede Farbe zweimal bedienen. Pik Ass wurde schon gestochen. Klar habe ich versucht, da den König reinzulegen. Den hätte ich sparen können. Aber im ersten Stich hofft man natürlich, dass die Vollen auch laufen im Siegssinne. Also Glück, dass wir überhaupt hier aus dem Schneider kommen. 85 hat der Spieler eingefahren. Das aber bisher noch Schonkost hier. Ja, alles andere hätte gewundert, wenn da jetzt mal kein Gang rauskommt. Also eine Karte hier zum Ausspielen auch schlimm. Gut, greifen wir mal irgendwo rein. Jetzt ist es der Karo König geworden. Da habe ich zumindest die Karo 10 noch. Buben werden gezogen. Alle Buben sind raus. Ja, und nun kann ich mal auf die starken Farben des Alleinspielers links und rechts abtragen. Kann das sein, dass hier mein Pik König überhaupt wichtig wird zu dritten? Nein, wohl eher nicht. Vielleicht wird es die Karo 10, die hier noch den Stich macht. Vielleicht macht mein Partner hinten raus noch einen. Nee, gibt gar nichts. Schön durchgespielt, obwohl alle Stiche längst markiert waren. Naja, auch ein schönes Fund. Diesmal wieder auf der anderen Seite. Ich schweige erneut und erneut geht das Spiel ohne Gegenwehr vom Tisch. Zumindest mal ein wenig Überlegungen bei der Spielansage. Letztlich, wenn ich mein Blatt sehe, dürfte es da eigentlich keinen Grund für geben. Ich kann wohl Spieler 3 durchaus in Vorhand wieder ein sehr starkes Blatt zutrauen. Und da kommt auch der Kran mit Bube raus. Und die Buben stehen auseinander und er hat gar kein Kreuz. Ich habe vier Stück. Also das war ja wohl irgendwie ein bisschen gezockt, wenn die Buben in einer Hand stehen. Dann zeige ich vielleicht mal Pik König oder irgendwie wir dann Kreuz treffen. Da, Kreuz Lusche auch noch. Also es fehlen mindestens sechs Kreuzen und zwei Buben. Also gezockt von Spieler 3 mit dem Buben auf dem Tisch. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so eine clevere Entscheidung ist, dieses Spiel mit Buben zuvor zu tragen. Aber jetzt gewinnt er es mit 87. Klar, souverän. Ja, wenn die Jungs eben zusammensitzen, abgezogen werden, dann viermal Kreuz kommt, dann macht er eben nur vier Stiche. Weiß ich nicht, ob er da genug für gedrückt hat. Sei es drum, ging alles gut. Und jetzt Spiel 12. Na 18, quieke ich mal und komme dann ran. Ich meine, ich muss ja jetzt auch mal was tun. Aber da weiß man gar nicht, ob man sich jetzt freuen soll oder zittern soll, dass man nun rangekommen ist mit diesem Mittelhand-Scherbenhaufen. Also da muss aber jetzt noch ein bisschen was kommen. Schnapp! Jawoll! So habe ich es mir gewünscht. Das waren zwei Buben. Die haben natürlich wunderbar gepasst. Jetzt ist es ein sehr schönes Spiel. Es ist natürlich kein Gang. Und ja, nach einer kurzen Bedenksekunde seht ihr hier auch, ich hatte schon anders gedrückt, entscheide ich mich jetzt doch zu dem für das unverlierbare Herzspiel mit 13 Augen im Keller. Also unverlierbar ist natürlich wieder ein bisschen geprahlt. Mit ganz viel Mühe kriegt man eine Konstellation konstruiert, in der das Spiel auch über diese drei Luschen, die ich nur abgebe, und sechs Volle zu verlieren ist. Dann muss natürlich die Trumpf 10 auf einer dieser Luschen mit verstochen werden. Also realistisch ist das nicht, dass ich den verliere. Wenn, dann geht es hier eigentlich nur um Schneider. Der ist natürlich mit drei Luschen auch schwer. Und ihr seht es hier. Pik wurde hinten rausgenommen, jetzt zurückgespielt. Also das sitzt wohl nicht artig. Da kommt die Schmierung in Karo, also sind sie raus. Ich habe hier Rest. Da machen wir kein langes Fehlerlisenz. Da wird gleich gezeigt. Dann können wir uns wieder den interessanteren Aufgaben widmen. Also ein kleiner Anschlusstreffer. Spielpunkte direkt verdoppelt von 30 auf 90. Und jetzt muss ich hier gleich wieder eine Auszeit nehmen. Bei solchen Turnieren merkt man es, wie man es sonst natürlich auch merkt. Aber da merkst du es. Irgendwann kommen diese Strecken, diese Durststrecken, wo nichts kommt. Da merkst du, dass gerade eben ein Geduldsspiel auch in aller erster Linie einmal ist. Du musst eben auch die Durststrecken aussitzen, dann nicht die Nerven verlieren, warten. Das, was kommt, irgendwann ist normalerweise auch deine Zeit gekommen bis dahin. Aber eben nicht überdrehen, nicht in zu schwache Karten einsteigen. So, was haben wir hier? Wir haben gesehen, der Alleinspieler hat zwei Kreuz. Der dritte Kreuz wurde übergestochen. Also Kreuz sind raus und mein Partner legt das nächste Ass auf den Tisch. So, ich denke mal, irgendwas in Rot wird der Spieler noch in der Hand haben. Also spekulieren wir hier mal, dass es jetzt auch Karo ist, dass wir hier weitere Stiche machen. Also ich habe hier alles auf eine Karte gesetzt. Das wurde allerdings nicht belohnt. Das Spiel scheint auch dann, wie wir hier sehen, schon wieder zu stark. Vielleicht hat er noch jetzt eine Schwäche in Herz. Vielleicht ist es auch ein Siebentrümpfer. Wir haben aber 32 Augen. Deswegen erlaube ich es mir hier mal zu schneiden. Da kommt Abzugtrumpf. Nee, dann wird es womöglich jetzt gar nichts mehr geben. So ist es. Dann gibt es nichts mehr. Macht aber nichts. Wie gesagt, rausgerettet haben wir uns. Na ja, na ja, na ja. Gerade sprach ich von der Geduld, die man haben muss. Durststrecke aussitzen. Und dann geht es doch los. So soll es doch sein. Da kommt dann auch mal ein Grang Hand. Mein erster Grang ist gleich ein Grang Hand. Zwei Abgabestiche im Kreuz. Die sind auf 24 Augen weggegangen. Mal gucken, ob Schneider geht. Das hängt jetzt natürlich an der Herzlusche. Bei 24 noch beim Handspiel unter durchzuziehen, ist nicht so anzuraten. Ja, gucke ich, ob Herzartig sitzt. Es sitzt aber komplett einseitig. Vielleicht liegen zwei im Stock. Vielleicht liegt noch der Herzkönig im Stock. Nein, das ist nicht der Fall. Also nur gewonnen. Aber beim Grang Hand mit 2, da sind ja 96 Augen trotzdem drin. Also ein schöner Treffer, der mich so ein bisschen den Anschluss finden lässt. Erstmal hier am Tisch. Zwar an Spieler 1, aber das ist ja gar nicht im Turnier das Wesentliche, sondern ans Feld, dass man hier einen ordentlichen Schnitt natürlich spielt. Ich denke mal, um hier vorne mitzumischen, so ein 1200er Schnitt. Also 100 pro Päckchen sollte man schon bringen. Am besten ein bisschen mehr. Also 800 Punkte pro 24 Spiele. Dann liegst du natürlich auf jeden Fall irgendwo in den, in den vorderen 10, 15 Prozent. Um ganz oben mitzuspielen, muss es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sein. So, Trumpf wird mir hier zwar abgezogen, Trumpf sitzt zu viert, Spieler 3 hat noch einen. Aber das ist alles nicht so wichtig, denn die Piken sind raus und ich gewinne das Spiel hier so oder so. Kreuz konnte ich locker schnippeln. Da war nichts Gefährliches unterwegs. Wenn er kein Kreuz hat, kriege ich dafür alle Karos. Also das Spiel wurde auch problemlos gewonnen. Auf keinen Fall habe ich 18 nicht mal im Entferntesten. Kann nichts falsch machen hier bei dieser Reizung. Und dann wieder ein Gerang. Wie schlägst du ihn auf? Vier Farben hast du zur Auswahl. Alle sehen komisch aus. Bei keiner weißt du Bescheid. Mit diesem Buben werde ich wohl kaum etwas anfangen können. Da kann ich relativ gesichert den Buben ausspielen. Gut, mein Partner hat den Kreuzbuben. Bringt Herz Ass. Die Buben sind raus. Die Karte ist geklärt. Natürlich sitzt es ansonsten günstig. Und natürlich bestand auch wenig Aussichten von Anfang an diesen Gerang zu schlagen. Oh, jetzt kommt noch ein Karo. Ich glaube dann kommt auch noch der siebte Kreuz. Ja. Dann machen wir unser Einstich in Peak. Plus den Bubenstich. Also ein schöner Schneidergang mal wieder. 5, 0, 500, 4, 0, 400, 6, 0, 600. Also es läuft hier an diesem Tisch. Das einzige was fehlt sind die Spiele, die ein bisschen Spannungspotenzial haben. Die auch mal umkippen könnten. Bisher war tatsächlich nur das eine ganz am Anfang dabei. Alles andere wie eine Mauer, wie eine Wand nichts zu machen. Vielleicht jetzt wo immerhin mal eine Reizung dabei war. Aber auch dann ohne Not einen Gang. Gut, vielleicht wollte er eigentlich den Karo und konnte den jetzt nicht mehr spielen. Vielleicht hat mein Partner noch ein bisschen Bubenstärke oder sonstige Stärke. Aber auch diese Hoffnung hat sich hier sofort wieder zerschlagen. Der Alleinspieler zieht schon leere Bubenzüge. Wahrscheinlich habe ich hier mit der Peak 10 falsch abgeworfen. Kreuz 10 wäre vielleicht besser gewesen. Und jetzt geht es hier wieder nur um Schneider. Naja, da macht mein Partner noch den König in Peak. Und jetzt schon 800 Augen für Spieler 3. Gute Krankquote hier. Muss man neidlos anerkennen. Auf Dauer liegt die Krankquote so ungefähr bei 35 %, 33, 34, 35, irgendwie so. Je nach Spieleinstellung. Der eine oder andere Spieler spielt auch öfters Gerang. Geht dann maximal so Richtung 40 %. Alles andere ist unrealistisch, unsolide. Wir haben hier gerade mal wieder drei Gerangs am Stück, von denen ich keinen abbekommen habe. Aber davor war ich auch dabei. Also es sind hier heute bisher Qualitätsspiele unterwegs. Ja, wie gesagt, so ungewöhnlich ist das nicht. Eine Quote deutlich über 30 % ist ganz üblich. Es ist nun mal das teuerste Spiel, das leichteste Spiel, das Spiel, was die wenigsten Trümpfe hat und deswegen mit ein paar Buben häufig gespielt wird. So, die Findung war nichts. Entsprechend darf dieser Karo jetzt nicht zu bitter dagegen sitzen. Es ist ein Sechstrümpfer. Der ist in Trumpf einigermaßen solide, aber die Beikarte hat ihre Schwierigkeiten. Deswegen bin ich froh, dass ihr Herz direkt eröffnet wird, mir die 10 und der König hochgespielt werden. Auch Trumpf wird gleich rausgenommen. Also die möglichen Bedenken haben sich ganz schnell hier zerstreut. Jetzt gibt es noch einen Stich in Kreuz und dann ist auch wieder vorbei. Ich hoffe jetzt mal, dass hier falsch abgeworfen wird. Gehe erst noch über die Dörfer und tatsächlich, da fliegt das Kreuzass. Spieler 1 hält lieber Pickass und das garantiert mir den Schneider mit 93 Augen. Also ein Spiel nach Halbzeit. Halbzeit, Halbzeit ist es natürlich nicht in einer 24er-Serie, aber in meiner internen Rechnung, die ist immer auf 36er-Listen gepolt. Da ist, oh, ich muss kurz unterbrechen. Spiel 20, der vierte Bube liegt. Das Spiel läuft ja hier schon weiter. Jetzt habe ich wieder ein schönes Spiel mit 4, auch wenn es nur ein Farbspiel ist. Ja, also meine interne Rechnung sagt doch immer Beispiel 18 ist Halbzeit einer regulären 36er-Liste. Da guckt man immer mal drauf, ob man die 500 oder etwas mehr geschafft hat, dann liegt man gut im Rennen. Oder ob man noch da unter ist, dann ist es eher verbesserungswürdig. In dem Fall war ich also noch unter 500, bin aber mit Spiel 19 darüber gerutscht und jetzt einen mit 4 hinterher. Damit sieht die Welt doch schon wieder ein wenig besser aus. Und hier zu sehen, alle vier Hertz dagegen. Also auf jeden Fall eine gute Idee, nicht den Rang zu spielen. Nun war die Beikarte hier auch so schwach, dass ich es nicht mal ansatzweise in Erwägung gezogen habe. Aber schnell passiert es auch ohne Reizung, dass die Karte mal krumm steht. Deswegen immer empfehlenswert, ein Risiko, wenn es geht, zu vermeiden. So, der wurde Schneider. 6 zu 0, 600, 6 zu 0, 600, 8 zu 0, 800. Und wieder ein guter Ansatz. Jetzt hinten raus nimmt die Karte ein wenig Fahrt auf. Zack, jetzt hätte ich ja gern nochmal einen Buben gefunden, war es aber nicht. Wir machen den Kreuz. Der 0 mit Pik 8 oder so und Hertz 7, 8, Bube Ass auch vielleicht als Nulluwehr wäre auch gegangen. Aber letztlich ist der Kreuz doch stärker, wenn er auch ein paar Punkte weniger zählt. Also das wollte ich nicht jetzt für einen Nulluwehr riskieren, der dann plötzlich ohne große Gegenwehr zu schlagen ist, wenn die Karte so sitzt. Den Kreuz gewinne ich hier. Herze zu dritt, deswegen locker raus für die Gegner. Drum stand aber 2, 2, also auch schon wieder alles erledigt hier. So, habe ich Spiele 1 schon überholt. 698. Yippie, yay, yay. Und das ist dann wieder eine kleine Pausenkarte für mich. Was kommt jetzt? Kreuz kommt und ich habe nur einen Trumpf und zwei Assfarben dabei. So, kurzer Weg, lange Farbe, sagt man ja. Also auch Vorspiel Karo wäre sicher eine Option. Dann aber wird man wohl eher nicht die Karo 10 oder das Ass spielen, sondern nur den König. Ich spiele jetzt Herz, weil ich vielleicht gar nicht so oft ans Spiel komme und gegebenenfalls mein Partner direkt die Herz 10 freispielen möchte, einen möglichen Siegfähig für den Alleinspieler direkt eliminieren möchte. Denn das Schnippeln auf eine 10 ist ja immer so ein Klassiker, mit dem mal ein schlechtes Spiel gewonnen wird. Und da ich nur einen Trumpf habe und viele Volle, hoffe ich natürlich das Spiel zu schlagen. Und siehe da, mit Herz Lusche habe ich im Prinzip die perfekte Klärungskarte gefunden, Stechfarbe gefunden, Abwurf Karo Lusche. Da bin ich gar nicht traurig, dass ich nicht selbst Karo gespielt habe, denn jetzt ist der Volle von meinem Partner zu Hause. Herz 7, 9 im Rückspiel ist natürlich ein bisschen dürftig. Null Augen. Ja, ich vermute mal, der Alleinspieler, wenn er denn nicht ganz trumpfstark ist und nur einen Karo hatte, muss er logischerweise noch ein paar mehr Pik haben. Pik Ass kommt mir also ein Tick zu früh. Kann gut sein, dass die Pik C noch bestellt beim Spieler ist. Also kommen wir jetzt mit einer unangenehmen Karo-Karte auf den Tisch. Die wird er nach allem Ermessen stechen müssen, wenn er dann eben noch zwei Pik hat. Wenn er nur noch einen gehabt hätte, wäre er hier wohl weggeflogen. Inzwischen bin ich mir also ziemlich sicher, dass das nur ein Sechstrümpfer ist mit der Karo Lusche dabei und der Pik 10 zu dritt. Damit ist der Spieler natürlich aufgeflogen und dann wird sich jetzt eben zeigen, wie trumpfstark sind seine Sechstrümpfe. Scheinbar nicht allzu überzeugend, denn mein Partner, was macht er denn jetzt? Warum spielt er denn jetzt Pik? Jetzt spielt er ihm ja die 10 frei. Ob er sich das leisten kann? 18 Augen haben wir liegen, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. 11 plus die 7 in Trumpf macht 18. Ja gut, ich muss rauf, es nützt nicht. 32 und jetzt kann mein Partner einmal stechen. König 10, das ist die Erwartung. Dann soll er bitte aber hinterher noch einen Trumpfstich machen. Sonst hat er hier mit Rosinen gehandelt, wenn er seinen eigenen Trumpfstich aufgibt. So, da stehen wir auf 50. Naja, und da kommt der Kreuzbube. Also dann war das Spiel wirklich zu schwach. Wir haben ihn jetzt nicht mal auf Maximum gespielt. Einen Trumpfstich hat mein Partner noch recht leichtfertig aufgegeben. Hat an sich zu früh Pik eröffnet, aber das Spiel ist geschlagen. Und siehe da, plötzlich bin ich am Tisch führend, sogar mal für einen Moment. Eben noch weit abgeschlagen. Schon mit zwei kleinen Spielen auf 800 und auf 600 Augen geschaut. Und jetzt haben wir plötzlich alle 700. Liegen also alle gleichmäßig, regelmäßig gut im Rennen. Aber Spieler 3 ist uns mit dieser Niederlage natürlich einen Schritt entgegen gekommen. Und jetzt habe ich hier nochmal was, um mich noch weiter nach vorne zu kämpfen. Aber es wird nichts für 22. Und ja, wie ihr seht, bin ich da wirklich meiner Linie treu wie angekündigt. Relativ defensiv unterwegs. Ich steige aus. Ich habe das Ding nicht mal mehr auf 24 getestet, weil ich allerdings natürlich auch zwei 7er selber im Blatt habe mit Kreuz und Karo 7. Deswegen ist der 0 unrealistisch. Also werde ich sehr wahrscheinlich für 24 auch nicht rankommen. Oder wenn, dann nur, wenn alle Kreuz dagegen sitzen. Also habe ich es bei 22 bleiben lassen. Und jetzt kommt ein Herz. Und der Herz scheint recht trumpfstark zu sein. Die Trumpfvollen sind jedenfalls nicht bei meinem Partner. So, er hat zwei Karos dabei. Dann wird er wahrscheinlich natürlich auch noch in dunklen Karten was haben. Eher wohl Pik. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, es fällt wirklich direkt der Pik Bube. Also mein Partner wohl nur zwei Buben. Sechs Trümpfer ohne Vieren. Ja, und hier der Pik König natürlich verdächtig. Sehr wahrscheinlich zwei Pik in der Hand. Pik König 10 oder sowas. Deswegen tauche ich hier auch. Gut, letztlich, wir können das Spiel nicht gewinnen. Ich habe die ganzen vollen noch in Kreuz. Trumpf stand zu gut. Karo stand zu gut. Pik auch. Also das ist ganz egal hier. Ja, da ist es dann die Pik 10. Gut. Das Spiel konnten wir also nicht gewinnen. Und damit ist Spieler 1 vorbeigezogen. Letztes Spiel der Serie. Nach einem sehr schlechten Start habe ich ja noch ein bisschen was bekommen. Und dann kommt hier nochmal so ein Ding. Also Mittelhand natürlich sind sechs Trümpfe mit dem Seitenass. Aber die Beikarte mit Kreuz verursacht Magengrummeln. Und auch die Trümpfe sind natürlich kein Zug in den Trümpfen. Dunkler Bube fehlt. Trumpf Ass fehlt. Aber ich glaube, man muss wohl 18 sagen. Ich weiß nicht, ob man mehr sagen sollte, wenn jetzt gehalten wird. Ich weiß es nicht. Aber wie ihr seht, gestern war ich noch überzeugt, dass ich jetzt mit Riecher da rein muss. Gestern hatte ich den Riecher, der gesagt hat, ran an den Feind. Und bei 22 kriege ich es. Hm. Wenn Bube kommt, ist es natürlich ein Kreuz. Und Traumfindung. Also der Riecher war goldrichtig. Ja, vielleicht sollte ich mich jetzt nicht zu sehr über einen grünen Klee loben. Vielleicht muss man die Karte ja auch reizen. Aber es bestand natürlich durchaus eine Menge Gefahr. Und so eine Findung, die beruhigt natürlich erstmal der siebte Trumpf und das Kreuz Ass. Jetzt habe ich ja hier Luxusprobleme. So. Vier Augen drücken. Ne. Ich habe dann gesagt, wenn Kreuz aufkommt, kann ich sowieso nicht schnippeln. Die Gefahr ist ja viel zu groß, dass blank dann aufgeschlagen wurde und mir im Rückschub das Kreuz Ass abgemeldet wird. Bei 20 und A22 Reizung aus Vorhand auch eigentlich gar nicht zu vermuten, dass Kreuz aufkommt. Also drücke ich die sieben Augen. Das ist wohl das Beste. Immerhin kann es auch nochmal sein, dass hier alle vier Trumpf dagegen stehen und dann bin ich froh über jedes Auge, was ich im Keller habe. Und nun kommt tatsächlich doch Kreuz auf und es wird tatsächlich gestochen. Was ist das denn? Wieso hat Vorhand denn jetzt plötzlich bei der Reizung dreimal Kreuz? Jetzt kommt dieses Riesenspiel hier ein bisschen ins Schlingern. Jetzt muss ich ja doch nochmal genau und glücklich treffen, hoffe ich. Trumpf Ass ist weg. Ich will natürlich nicht, dass Spieler 1 rankommt. Das ist eben die Frage, ob ich jetzt da die zwei Augen investiere, die ich eigentlich natürlich nicht investieren muss, in der Hoffnung, dass Spieler 3 eben übernimmt. Genau so spiele ich es jetzt hier. Und das ist gerade nochmal gut gegangen. Er übernimmt Spieler 3 in den Peak Buben. Damit sind die Trümpfe hoch. Gut, Kreuz 10 gebe ich natürlich noch ab, aber es gibt keinen Trumpfstich mehr für Spieler 3. Oh, das war ja jetzt mal richtig heiß, das Eisen noch. Zählt mal durch die Karte, wie knapp das ist. Wenn Spieler 3 sich hier entscheidet, die Trumpf da mitzulegen und den Buben noch zurückzuhalten, dann macht er ja jetzt den Bubenstich noch. Und ich gewinne mit 72, das heißt 48 den Bubenstich noch mit einer Ladung. Und schon wäre das Ding tatsächlich nach dem Abstich im Eimer gewesen. Also einmal durchschütteln, das war jetzt noch ein kleiner Schreckmoment. Ist aber gut gegangen. Also nach einem sehr dürftigen Start, ihr könnt das hier jetzt zwar nicht mehr sehen, aber bis Spiel 12 hatte ich ja erst ein Spiel, kam noch richtig Anschlussmaterial und 818 ist eine ganz solide Hausnummer. Ein guter Start ins Turnier. Natürlich kann man in der ersten Serie sowieso nur erwarten, dass noch nicht zu viel kaputt gegangen ist. Wer das Turnier gewinnt, das wird natürlich sowieso jetzt noch nicht entschieden. Dazu ist die Strecke noch zu weit. So, dann schauen wir mal, ob ich es in den nächsten Tagen schaffe, euch das ganz zeitnah alles zu präsentieren. Auf jeden Fall, ich habe alles im Kasten. Auch die nächsten Serien, da freue ich mich schon drauf. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wie immer, good blood.